Herzlich Willkommen meine lieben Naturfreunde. Ich bin der Animal Whisperer. Tauchen Sie auch heute wieder ein in eine UGC full of Wildness und begleiten Sie mich auf ein Safari full of amazing animals and adventure. Ich bin der Animal Whisperer. Stay wild! Hallo liebe Naturfreunde. Wir sind heute hier deep im österreichischen Jungle. Wir machen heute Jagd nach dem gefährlichen und überaus seltenen Austrobrotanium Torrentium. Dazu muss man die geheimen Lebensräume of this amazing animal kennen. Ich bin der Animal Whisperer und los geht's. Hier haben wir noch ein ganz seltenes Exempel. Very very rare. Eine Puffo Alvarez. Die Eingeborenen hier in diesem Land haben einen Brauch. Sie lecken an der Kröte. Um so mit ihren Göttern in Kontakt treten zu können. Hier sind wir bereits in der natürlichen Umgebung of this wild species. Doch um die genauen Verstecke zu kennen, muss man decken wie eine Garnele. Die Fahrungsrufe, um das Tier anzulocken, müssen subtil und wohlgekorn eingesetzt werden. Ein falscher Ton und das Tier erschreckt sich. Tier her, Rostropodanium Torrentium 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 Torrentium. Er Ilum�� Torrentium 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 Torrent Indianatorium Torrentium Torrentium Vorigieren Americans東 Tam hauen hier auf. Wir haben ein sehr, sehr sehr großes Beispiel. Ein sehr großes Beispiel. A sehr großes Beispiel. visiting this Footage. Leave this. This is really, really amazing. This is ancillier I của Mmm. Die ihn sick. sehr viel Power, Kraft, wie Sie hier sehen können. Es gibt eine alte Methode, die Kraft des Männchens zu testen. Wir testen die Scheren mittels der Zunge. Really, really amazing. Now this is really. Ein stunning Spezies. Wir werden nun die Clown testen. That is really, really amazing. Look at this, the power of this. Look at this. That is so amazing. This is such a powerful nature. Powerful. Ah, the giant, the size. That is amazing. That is really amazing. You can see the mass power they have. They are so small. Oh, fuck. Oh Gott! Trust me, he won't let me go! He won't let me go! Oh Gott! That is so amazing! Ow! Wow! I can really say, these little animals have so much power in their claws! So was können sie nicht! Oh Gott! Das war's mal wieder vom Animal Whisperer! Oh Gott! Oh Gott! That is really amazing! Amazing! How much power they got! I can't believe it! I really cannot believe what is actually happening now! Hey, 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 hey! Ah!